So ist das nun mal in unserer Branche, nicht wahr? Man kann eben nicht immer alles bekommen, was man will. Man kann nicht immer alles bekommen, was man will. Im Judelburger Theater in der Mauer, kurz Jute genannt, wird bereits fleißig für die Komödie Ruhe wird drehen geprobt. Was erwartet die Zuseher bei dieser Aufführung? Ja, Gabi, du hast recht, von Ruhe ist da wirklich wenig zu merken. Das merkt man beim Proben auch. Es ist ein Stück der eher moderneren Art. Wir haben da einen Versuch gestartet, ein Spiel mit sehr Tempowwechseln und vielen Herausforderungen für uns auch als Schauspieler, den wir hoffentlich bis zur Premiere gewachsen sind. Hast du gehört, lieber? Ich sag, du würdest alles für diesen Mann tun. Ja, ja. Ich werde das schon irgendwie hinbekommen. Gut. Und danach wird sie in deine Arme sinken. Gut. Und wo bin ich? In meinem Herzen. Du liegst hier, wie vorher in der Szene, in Ohlmacht gefallen bist. Und wenn Philipp die Waffe zieht, als er die Schüße schießt, dann wachst du plötzlich auf seine Ohlmacht auf und schreist. Ohlmacht!